Hallo und herzlich willkommen zu 7 days to die am 16. Tag um 20.20 Uhr. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Weiter geht es aus dem Livestream. Viel Spaß euch. Ne Horde? Hunted? Super. Ne, klasse. Echt. Nein. Ah, ein Vogel ist. Toll, man hat dann mit Eiern. Warum muss denn jetzt eine Horde kommen? Alles Schrott, ne? Ähm. Ähm... Ja. Hat jemand eine Idee? Ich glaube, wir sind so ein bisschen... Können wir uns einen Schlafsack bauen? Nein. Ne, ist klasse. Super. Ne, ist klasse. Echt. Das Problem ist, dass da Fensterscheiben sind. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Überleben wir die Nacht? Ist hier. Hier ist freier Fall. Auch sehr nett. Ne, finde ich gut. Freier Fall ist... Echt klasse. Die kommt da nicht hoch, oder? Das Ding hält, oder? Der Woodframe, der ist gut, oder? Warum kommst du denn jetzt? Hier ist Action? Äh, meine Güte. Einfach mal... Ich erzähl nochmal, ich will Pause. Ich find das so klasse. Ei, 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 ei. Wir sind mal weg, die E. Ich glaub, wir rennen wieder nach Hause, oder? Ähm, nee. Da müssten wir in die Richtung rennen. Klasse. Tasche. Wollte nur mal Tasche sagen. Wir müssen das irgendwie anders strukturieren, irgendwie, glaube ich. Das... Das... So Stadt ist vielleicht doch noch ein bisschen zu schwer. So ein ganz kleines Lillbittchen. Kommt mir das so vor. Obwohl, wir haben ja eigentlich viel geschafft, John. Gar nichts, eigentlich, so. Vor allem bei so attraktiven Bäumen. Zicken wir mal. Ich überlege, wenn wir jetzt die Leiter von dem Ding... Ah, nee, das bringt nix, ne? Wir haben keine Schussmunition oder sowas. Das bringt absolut nix. Schade. Echt schade. Das ist so schade. Ich ärgere mich grad richtig. Merk... Jo. Latsch, weiter. Klaue nicht so viel Lauf. Ein Schwein. Hm? Und? Laufen wir richtig? Hm. Wenn du so viele Zombies hinter dir hast, dann weißt du ganz genau... Ja, du läufst definitiv richtig. Gehe nicht über los hier. Keine 4000. Na, sag mal. Echt? Was ist denn das? Theater. Cool. Wir laufen völlig falsch, oder? Wir müssen... Wir waren doch nicht so tief hier in so ein Ding drin, oder? Nein. Wir laufen sowas von falsch. Hm. Und wir können nicht mehr... Ei! Jetzt hab ich... Scheiße. Jetzt hab ich nicht drauf geachtet, Leute. Tut mir leid. Das wird scheiße, oder? Oh, ja, 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 ja. Ist gut. Ich hab nicht drauf geachtet. Ich hab mir das Theater angeguckt. Mann! Wir laufen hier lang. Ist ganz toll hier. Hier geht's nach Hause. Ganz bestimmt. Schwester, hau ab. Jetzt werde ich hier aber zu Rambo, du. Boah, hör mir auf, ey. Wir sind tot, quasi. Also, ich glaube, wir sind wirklich bald tot. Ich will das First Aid Kit. First Aid! First Aid! Wir müssen da lang. Ich geh nie wieder aus der Base raus. Nie, nie, nie wieder. Da kickt man sich einmal ein Theater an und schon hasst du das Theater, aber genau von der Nese. Ach, ja. Ja, ja. Lacht ihr mal. Lacht ihr mal. Lacht ihr mal. Oh. Da kommt noch einer. Aber ich gieß mir echt gleich mal einen Kaffee ein. Ja, nur... Hörst du auf! Ich will nichts von hinten. Echt nicht. Boah. So, ich gieß mir einen Kaffee ein, Leute. Ich muss mal was trinken. Schön heißer Kaffee. Und jetzt rennen uns gleich fünf Feral Zombies hinterher. Können wir irgendwie anders nach Hause kommen? Wir können irgendwie anders nach Hause kommen. Also das mit der Stadt, das war echt schön. Hat Spaß gemacht, aber es ist nicht sehr... Es bringt nichts, oder? Wir müssen richtig uns aufmoditionieren erstmal. Richtig... Richtig gut werden irgendwie. Ja, ich hab auch so ein bisschen meinen Spaß. Klar. Guck mal, jetzt sind wir hier in der Wüste. Können wir noch gleich Federn einsammeln. Und dann haben wir wieder 10.000 Federn. Und 10.000 Pfeile. Und dann, wenn wir bei der Base sind, sagen wir, jetzt haben wir genug. Ne, alles gut. Alles gut. Alles super. Das ist... Aber es könnte ruhig mal weniger irgendwie... Einfach nur mal so idyllisch. Romantisch. Mit einem Baum hier jetzt in der Wüste. Das wär's. Ne, das... So was meine ich. Aber dann, ne, da... Hast du gleich einen Feral und eine Kreischerin und was weiß ich nicht alles. Seht ihr ein Vogelnest? Hier ist ein Weg. Ah, der Basti. Ja, um 6 Uhr morgens bin ich erst ins Bett gegangen. Da hat uns einer gesehen. Oder gehört. Oder so. Keine Ahnung. Ach, der... Nö, der ist... Der läuft. Der rennt nicht. Was haben wir denn hier? Wir wollten ja eigentlich Loot-Tour machen und so wirklich irgendwie... Loot-Tour war das nicht, oder? Das war irgendwie... Weiß ich nicht. Wo sterbe ich am liebsten? Irgendwie. Also eine Nacht und... Also, ne, ein Tag, ne? Ein Tag war man mehr oder weniger jetzt unterwegs. Und fünf First Aid Kids verballert. Respekt. Ich glaube, wir sammeln uns gleich mal hier Alu-Vera noch. Ich glaube, das wäre noch ganz gut. Was brauchen wir wieder? Duck-Tap und sowas da. Guck mal hier. Okay, also wir müssten nächstes Mal wahrscheinlich mit 50 First Aid Kids in die Stadt. Aber gut, dass wir auch zurückgehen. Wir sind ja... Wir sind ja verseucht. Können wir gleich weiter latschen zur Apotheke? Ja. 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 Guten Morgen. Oder wie auch immer. Habt ihr die gerade gesehen? Na gut, Geld brauche ich nicht. Ich habe die gerade gar nicht gesehen. Ja, könnt ihr mal sehen Ich hab gar keine Geheimnisse Bei mir ist Twitter, ihr könnt alles schreiben Das kann man gleich da so alles lesen Ich weiß gar nicht Free, du nimmst ja auch Ne, nimmst ja gar nicht mehr Seven Days auf Aber irgendwie geht das momentan nur noch Per Vollbild Das find ich auch so ein bisschen doof Schon ein bisschen doof ist es So Aber gut, ich hätte es ja eigentlich auch ausschalten können Hätte, hätte, hätte Da ist ein Kaktus Aber ich finde, mit der Keule sind wir gut durchgekommen Das hat sich richtig Wir sind halt voll der Schlägertyp Total Das ist die eine Stadt hier, ne Mit der Tankstelle Vielleicht looten wir einfach mal hier Das ist so eine kleine, süße Stadt Vielleicht haben wir hier ein bisschen Ein paar mehr Chancen Könnte man ja Ja Ich hab nix gelesen Keine Ahnung Was da stand Aber ich kann dir sagen Wahrscheinlich 100% des Chattes Hat das gerade gelesen Wollen wir an die Tankstelle Da gibt es wenigstens ein Bücherregal Gucken wir einfach mal Ja ne, du kannst Ja, ich spiele natürlich auch Seven Days unter Vollbild Aber du kannst Irgendwie seit der Alpha 15 2 Kannst du nicht Mehr Bei OBS Das so einstellen Dass du das Spiel aufnehmen willst Irgendwie Keine Ahnung Wo dran Seid ihr Zwillinge Irgendwie Barschen Girlie Oh oh Mann, dass sie immer zuhauen müssen Ne Die sind so ein bisschen So ein bisschen unfreundlich Finde ich Ne, bitte Warum sind denn jetzt so viele hier Ich hab doch gerade gesagt Das ist so eine kleine, süße Stadt Die können wir mit Sicherheit looten Ja, Pustekuchen Aber richtig Pustekuchen Latschi, latschi Guck mal, hier haben wir wieder unseren Halbkreis Schön, ne Fühlt man sich gleich wieder fast wie zu Hause Mensch, jetzt bleibt doch aber auch mal weg Einfach nur mal wegbleiben So fünf Minuten Ich spiele gleich Tetris Das ist so entspannender Tada Warum kommen die denn Mal wieder von hinten Nur 35 Leben Das ist auch schön Überhitzen auch wieder Ich glaub wir gehen nach Hause, oder? Das hat keinen Sinn Das hat keinen Sinn Wir haben noch eine Heilbandage Das ist mir zu Penker ist ja okay Die haben wir Aber Unsere Keule ist auch gleich kaputt Es ist alles irgendwie Bleibst du mal weg Einfach mal umfallen Schlafen gehen Es ist 1 Uhr 43, Junge Du kannst schlafen gehen Geh schlafen Lieg dich hin Kommt gleich sowieso der nächste hier Mei Und Durst haben wir Ist alles klar Ich geh nach Hause Ich geh jetzt nach Hause Ja Tetris Ist viel entspannter Glaube ich Als sowas hier Guck mal Hier haben wir sogar noch ein paar Stacheln Rennt aber nicht rein Ist typisch Wollt ihr da nicht mal reinrennen? Ach süßer hier Ich hätte dir die Stacheln gegönnt Echt? Hasi, guck mal Siehst du nur nachts Hier Immer an dieser Stelle Das ist bestimmt ein und derselbe Hase Süß, ne? Ein Fall Hm Genau So, komm Wir müssen trinken 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 Ja, ja, ja Schwester Ist alles da Wenn du einen Hasen hinterher rennen willst Der ist da hinten irgendwo Schwester Nicht hier Hier läuft sie ganz falsch Ganz falsch ist das Ach so Du bist schon tot Ja, das war's mit Seven Days to Die Vielen Dank fürs Einschalten Fürs Dabeisein In der nächsten Folge Werden wir weiterhin nach Hause gehen Ob wir das Ding noch überleben Mitten in der Nacht Ja, das werdet ihr dann sehen Vielen Dank fürs Einschalten Tschüss